Redhawks Gaming Week Ja, eine Giro-Station ist gerade geöffnet. Ja, Mensch, was ein tolles Erlebnis. Viel Spaß! Hallo Leute, erstmal eine schöne Sonntag wünsche ich euch. Ja, und letzte Folge und unser Gaming Week Projekt mit Jurassic World Evolution. Ja, jetzt zurück, ich habe noch die Sound angepasst. So, da ist ein Stürmer gemeldet. Und was ist einfach gesagt? Das tut einfach eine Stürmkörbe, dann machen wir auch einfach... Die ganze Masten haben wir in Ordnung, also... Wo ist, je nachdem, der Schutzraum? Ah, da rüber, oder? Ja, hier, ja. Ja, ja, ja. Jetzt ist Panik, Panik im Park. Ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran, wir schauen mal an, ich bin dran, ich bin dran... Ja, ich bin dran... Jetzt, Sie sehen auch, das ist einfach in dem Park, äh... Öh, die Schutzraum, äh... funktioniert aber aber die stürme ist weg die stürme ist weg aber jetzt ja okay gut die schützraum schließen jawohl ja jetzt alles okay alles funktioniert wieder da ist auch keine tiere draus gewesen und die letzte schützraum sicherheitzentrum ok 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 aber wo war die letzte schützraum ja liebe gäste willkommen zurück ja es war ein stürmer aber es hat auch keine schade gemacht ok aber alles ok kein problem mit uns mit unseren dinosaurien ja weil das muss man achten es ist auch nicht so gedacht dass ich mal auch einfach eine alarme wo ist die andere da war die opto 1 habe ich auch nicht so gesehen opto 1 ok erste mal dass ich komme auch einfach in dem spiel nach sieben folgen ich habe auch gesehen wo war die ob eingang ja ok ihr sind unser fleischfresser nein nicht fleischfresser das ist unsere pflanzfresser oder nein 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 ja pflanzfresser die drakowex ok aber wo sind meine fleischfresser ich habe auch nicht alles ich habe auch die blick verloren die röhrer was haben wir hier sind unsere pflanzfresser ah darüber weil wir müssen schauen dass die fleischfresser die haben dann auch alles aber was ist hier los müssen die die nur sorgen sind die weg oder sind die verstecken ok scheint alles gut zu gehen so wir haben expedition karte ok sollte man auch einfach in dieser folge noch etwas schaffen mit und expedition mit mit forschung ok ja gut ja könnte man auch forschen ok fachung was war in die fachung gehege eine giro sphäre station ok das könnte man auch forschen ok ja ich habe euch gesagt das dauert diese projekte für den moment sieben tage weil das ist unser gaming week aber ich habe mich auch das überlegt und auch gesagt ja das projekt scheint auch sehr viel interess zu haben dass ich werde einfach sagen wir machen auch noch diese folge gemeinsam und in drei monat ja lassen sie mich noch drei monat da kommen wir wieder zurück und wir versuchen die park auf vier stern zu bekommen oder das ganze ziel ist sowieso fünf stern und das werden wir auch verfolgen aber verspreche mache ich das mit euch dass ich kann einfach leider auch nicht in dieser gaming week in eine wo du hast auch gesehen das ist auch unmöglich dass du erreicht fünf stern oder sag mir wie das geht einfach weil so viele stunden habe ich auch jetzt gemacht das muss im park sein das wäre doch einfach gefährlich oder okay ich versuche mal die illustration zu bauen da muss man noch eine eingangstür bauen okay 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 und wieder eine zweite oder wie funktioniert das ich habe keine ahnung wie das wäre einfach funktioniert mit dieser gero station weg nicht verbunden ja okay gut okay erst mal ein wege bauen aber nein ich glaube ich muss das abreißen oder ich habe sowieso viel geld aber da frage ich mich wie könnte man das bauen rollen sie in dieser fraktion die sie mir so sicherbarkeit verbessern wie sie okay aber wie soll ich das ihre erbaue vielleicht ihre vielleicht ihre ah ja weil da sollen wir die gäste erstmal schützen oder oder also ich habe das verstanden okay es ist so wie eine okay okay moment weil irgendwie muss ich so wie eine kleine rund kurz machen okay 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 ja klar keine strom ja 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 schon klar aber ich hätte gerne auch verstanden wie ich könnte das bauen das ist auch schon lustiger war ist das anzug ok wenn das ist so wie ein zug ach du lieber gott das ist kompliziert zu bauen oder ich habe auch keine ahnung wie könnte man das bauen könnte man das nicht unten erdlich bauen ohne 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 entfernen entfernen ok jetzt ok das ist so wie ein zug okay gut dann werde ich sagen warum so ja ja ok krankheit ausgebrochen ok ok gut wenn das ist einfach so gebaut ok kein spannwerk da brauche ich noch ein spannwerk ok aber gut jetzt krankheit ausgebrochen welche dinosaure ist wieder krank ich meine ranger schicken ok aber lass mal dem ja ok wo ist sind die ranger Ranger Team 3 Aufgaben hinzufügen Ah, das sind hier die Dracules, ok Könnte mal in Ruhe sein Ich habe auch gedacht, ja, ok Ok, jetzt brauchen wir ein Spannwerk, ein Wege Ok, Weg ist gebaut Spannwerk Spannwerk, nein, nicht mittlere Spannwerk Unspannwerk, ja, ok Ok, jetzt Strom Erstmal Strom Anlege Ok, aber wo habe ich noch Strom Ah, ihre habe ich Strom Ok Ok Ok, keine Dinosaurier entdeckt Ok Valutu 4 Dollar, ok Shiros Perfekt Ah, da bin ich mal gespannt Jetzt fahren wir anfangen mit diesen Giros fahren Dinosaurierbedrohigung Jawohl Ah, cool Jetzt könnten wir einfach die Giros fahren Aber gut, aber Sind die auch einfach nicht so begeistert Die Dinosaurier, ok Hop, hop, hop Ich fahre wieder zurück Hop, weg, weg, weg Man möchte einfach auch nicht angegriffen werden Von den Tieren Das ist lustig einfach Aber ich sehe schön einfach So, ich habe auch wie gesagt Diese Jurassic Park Spiel gemacht Das war Genesis Aber ich sehe auch schon die Entwicklung Die haben das einfach sehr gut gemacht So, Giros Jetzt fahre mal zurück Weil Ja, die sagen sich alle Geile Ok, war geil Aber ich komme auch nicht mehr rein Geile Fahr doch zurück Fahr doch zurück Hallo Das sind Dino Ok, aber ich komme raus Ja, aber Weil ich habe das nicht mehr bewegt Weil ich das nicht mehr bewege Das ist blockiert alles Oder wie Ja, ok Dann fahr mal weg Fahr mal weg Ja Fahr mal die ganze Rund Das ist aber lustig einfach Wie gesagt Wie gesagt Die haben einfach sehr sehr viel gemacht Die Entwickler So, jetzt Fahr doch einfach Ich komme hinter dir einfach Ok, wenn der Komm rein Dann komme ich auch rein Oder? Warum komme ich nicht mehr rein? Hallo Ja, ja Ist das dann Möglichst Wo der im Spiel Jetzt komme ich nicht mehr rein Ok, aber jetzt Jetzt Geh mal weg Ja gut, aber Jetzt stehe ich im Weg Oder? Jetzt kommt der Mörder Nicht mehr rein Oder? Ah ja, weil ich stehe im Weg Und so Ah, super Ja, Kollege Ich stehe im Weg Ja, ok Ich versuche mal einfach reinzukommen Aber Kannst du versuchen Ja, der geht ohne Problem Und ich Komm nicht rein Warum das? Hallo Ich weiß auch nicht Was ist hier los? Alle kommen einfach ohne Problem rein Und ich Nein Kannst du draußen warten Ich fühl dir das an Okay, gut Ich glaube, ich muss einfach Auf die Seite gehen Ah ja, weil Ah, doch Jetzt Jetzt fährt er ein paar Oder? Aber Valut hoch Kostet 4 Ach Verkaufen wir Für das Wir Hallo 13 Dollar Hallo Aber Wie lustig ist das einfach Sie sehen auch, dass ich Könnte einfach noch nicht mal Oh Wo bin ich jetzt gerade? Ah Ah Der Der Girosphäre Ist zurück Aber Nicht schlecht einfach Jetzt 55 Gäste In Erwart Ja Weil ich habe auch die Preise Erhöre Das ist auch vielleicht Nicht gut Deaktiviert Nein Machen wir noch ein Personal Einfach dazu Das sollen die auch einfach Vielleicht 13 war das zu teuer Dann machen wir einfach Auch für 8 Dollar Bienvenue Ja, da könnte man auch einfach die Dinosaurien sehr weit sehen Okay Wo Ich bin Noch Ich überlege Ob die werden einfach nicht die Girosphäre angreifen Wie cool So Das war die erste Attraktion Aber wir sind Von Phase Drei Sternen Schöter das an Der ist auch nicht so glücklich Er meint Ja, was soll das Wann Da kommt einfach Tourist Ja, aber das ergreift auch nicht einfach meine Touristen Das möchte ich auch sehen Nein Für den Moment ist ihnen ruhig Die lassen sich auch gerne Gefahr Aber gut, aber wenn Wenn die blockieren auch die Wege Wie funktioniert das einfach Das muss man jetzt achten Ah, die sind zufried Schau dir das an Ja, rein Der macht sich auf den Weg Ja Alles okay Alles okay Ja, aber Dass die greifen auch nicht einfach Die Touristen Sehr geil gemacht Ich bin auch die Meinung Wir bauen noch etwas hier Gehege Futterstation Ja Manchmal noch eine Futterstation Aber Hierherher Und Diese Futterstation Alle 45 Minuten Ja Gewinn pro Minute 500.000 Okay Aber die Girostation Das hat erfolgen Und jetzt Die werden auch einfach Beschäftigt Mit Essen Dann stört die auch einfach nicht Aber Es ist trotzdem gefährlich Tote Dinosaurier Welche Welche Dinosaurier Ist dort Okay Okay Dann muss ich schon mal Uci Anrufe Wo war das noch Uci Das war I Nein Nein Ah Ja C Nein Nicht C Ach Wo war das einfach Ja Jetzt Bin ich mal Mit Die Taste Wieder Okay Fossile Forschen Expeditionsordrom Kleine Kraftwerk Nein ACU Ja Aufgabe hinzufügen Wir haben eine tote Dinosaurier Dinosaurier Nein Das war T Transport Ah Rancho Station ACU Zentrum Transportteam Jawohl Aufgabe hinzufügen Wer ist gestorben Oh 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 Das ist eine Strutus ist gestorben Okay Ja Ein Dinosaurier Weniger Jetzt In Park Das heißt Ich muss Wieder Eine neue Dinosaurier Schaffen Und das war Strutus 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 Denings Äh Die Modifizieren Ein Die sind alle Ruhig bei mir Die Dinosaurier Sind alle Ruhige Aber die Fleischfresser Ah Das sind die Dinosaurier Dinosaurier Und jetzt Wir haben Eine neue Attraktion Diese Giro Station Okay Okay Dinosaurier Verlust Jawohl Wir kennen das Er soll mit seinem Kumpel Freifüllen Ja Jetzt Mittlerweile Wir haben Noch Sehr Viele Dinosaurier Aber Mal Liebe Die Sinale War Gefährlich Diese Sinoceratops Okay Aber wie gesagt Jetzt Wir sind Auch Runter Gangen Mit Die Sterne Aber Ich Muss Auch Vielleicht Neue Neue Dinosaurier Forschen Sowieso Wo war das Die Fossilien Zentrum Okay Wir haben Sowieso Fossilien DNA Extrae DNA Extrae Und dann Könnte Ich Auch Anfangen Die Neue Dinosaurier Forschen Gehen wir Darüber Team Nummer Zwei Soll Darüber Gehen Im Mongolei Okay Ja Wie gesagt Ich Wollte Auch Anfangen So Meine Projekt Gaming Week Ist Dass Wir Wir Sind Einfach Dabei Sieben Tage Die Die Wie gesagt Ein Spiel Durch Zu Zieb Oder Zu Erfolge zu Bekommen Aber Ich Habe Gesehen Dass Ich Habe Anfall Lust Dabei dass ich sage in zwei, drei Monaten, lassen sie mich noch Zeit, dass wir auch weiter mit dem Projekt machen. Für mich, ich will einfach auch Abwechslung bringen. Sie wissen auch, ich möchte auch einfach nicht so ein Spiel bekommen. Er ist auch bekannt, das Spiel. Es gibt auch viele, die haben auch das Spiel gemacht und dadurch möchte ich auch einfach nicht so ein Let's Play machen, weil es gibt auch viele Let's Bayer, die auch viel besser als ich unterwegs sind. Und dadurch, ich denke mal, dass einfach sieben Tage das Projekt langt. Doch, aber wie gesagt, in zwei, drei Monaten kommen wir wieder zurück und dann machen wir weiter. Gut, ich mache auch einfach die 30 Minuten voll mit euch. Und in zwei, drei Monaten sehen wir uns wieder. Ich werde auch versuchen, mit dem Spiel weiterzukommen, weil ich habe sowieso ein Abonnent, der hat noch geschrieben bei mir. Er hat 300 Stunden gemacht mit dem Spiel. Das ist auch schon Wahnsinn. Ich habe jetzt mittlerweile, man könnte das sehen, fast neun Stunden gemacht. Das ist auch extrem viel, aber 300 Stunden. Es ist auch einfach eine Menge. So, zu Fossilien, okay. Wir haben neue Fossilien gefunden. Jawohl. Was ist das? Ein Stein, da war keine DNA. Okay, ihre, wieder verkaufen, ja. Man hat sowieso einfach viel Geld. Entschuldigung. Und ich könnte noch einfach in die Forschungsabteilung gehen. Gebaut, kriege ich den Stand verfügbar. Was ist das? Ein Bowlingbahn. Ja. Aber bis jetzt, der Spiel hat einfach einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht bei mir. Weil ich habe, wie gesagt, das erste Teil, das erste Spiel schön gespielt. Das war diese Jurassic Park Genesis. Und ich muss sagen, das hat mich auch immer sehr aufgeregt, dass einfach, ja, da kommt so oft Katastrophe und dann die Dinosaurier ziehen raus und die machen alles weg. Und was ihr habt gewinnen mit Geld, war am Ende, ihr seid mit Bankruten. Aber ihr Ehre, nein. Alles okay. Und sowieso. Ah, Forschung abgeschlossen, okay. Oh, man hat einen Bowling Center. Bowlingbahn, okay. Ich gucke mal, dass einfach passiert. Die letzte gebaut. In diese Gaming Week. Oh, man könnte das irre machen. Jawohl. Strom. Kleines Krankenwerfen, nein. Strom und Spannwerk, jawohl. Und dann nehme ich auch Strom. Und darüber, uh, keine Strom. Ja, ja. Alles gut, alles gut. Wo könnte man die Strom nehmen? Strom nehme ich von hierher. Okay. Jetzt sollte auch Strom da sein. An Wege. Weg nicht verbunden, ja. Ja. Aber jetzt, wer hat keinen Strom jetzt? Da steht etwas ohne Strom. Nein, alles gut. Gut. Was sagen die, so was, äh, sagen wir dann im Spiel? Ja, ihr könnt mal einfach, äh, danach eine kleine... Die Ege machen, schon. Für Dinosaurier, aber... Für Dinosaurier, aber... Koste, viel. Ja, okay. Wer hat keinen Strom? Da ist dann gebaut, ohne Strom. Aber ich sehe das nicht. Mit Spannwerk, ja. Alles okay. Warum ist doch kein Strom da? Aber... Ja, jetzt haben wir... Geldverlust. Ja, okay. Vielleicht brauchen wir mehr Strom, aber... Aber nein. Ich sehe auch nicht einfach, wo... Kein Strom ist. Ja gut. Wir haben sowieso einfach viel gemacht in dem Spiel. In die sieben Tage. Das ist einfach, äh. Vielleicht brauchen wir mehr Strom jetzt mittlerweile. Aber mehr Strom. Kleine Kraftwerke, ja. Äh, was haben wir? Ausfallschütze. Verbesserleistung, ja. Ah. Ah ja, weil, äh, die... Stromwerke, äh... So. Die Kraftwerke hat auch nicht so viel Stromproduktion gehabt. Okay. Ja gut. In dieser Folge, ich mache jetzt Schluss. Ich verabschiede mich von dem Spiel. Und wie gesagt, in... zwei, drei Monaten... Wir sehen uns wieder mit einem Gaming Week. wieder. Spezial. Jurassic Park. Und... Ich hoffe, dass sie auch noch Interesse haben. Aber... Für den Moment, ich mache Schluss. Weil sowieso... Ich habe auch gesagt zu euch, meine Ziele, Gaming Week, ist, dass wir spielen. Ein Spiel, sieben Tage. Lange. Und dann, ja... Irgendwann ist auch einfach Schluss. Weil ich aber auch nicht so die... Zeit dafür, für ein Projekt... weiterzuziehen. Ich habe auch so viele Projekte am Start. Und ich möchte einfach... meine Ob-Projekte weiter... weitermachen. Und sowieso, es gibt auch einfach... in der... Weltentwicklung mit Games... so viele Games noch einfach... voranzukommen. Wo das kommt noch einfach an... so drei Stück... drei Spiele, die mich sehr, sehr interessiert. Aber die sind noch nicht mal da. Werden wir sehen einfach. Aber auf jeden Fall... Ich bedanke mich noch, für zu schauen. Und wir sehen uns noch... für die nächste Gaming Week im Mai. Äh... Zeit gespannt. Vielleicht gibt es das noch ein neues... Spiel, der... gerade raus. Wo ich habe noch diese... Möglichkeit, das zu... euch... zu... zeigen. Oder... Ich gucke mir einfach... was noch einfach... interessant wird. Aber auf jeden Fall... es kommt noch etwas... interessant für euch im Mai. Bleibt sie dabei. Bleibt sie dran. Ich wünsche euch alles gut. Und noch ein schönes Untertag. Und wir sehen uns noch. Ciao, macht's gut.